Also hier ist die kleine Perle. Unter sitzt die Katze, die sich fürcht. Und die Perle, die Mama hier. Und Perle. Das schaut gerade überhaupt nicht hin. Also die Katze regt sich umsonst auf. Alles andere ist nicht wichtiger. Der Eigato, da sitzt die Katze, da ist die Perle. Sie hat null Interesse an der Katze. Ja, Perle! Ich glaube nicht, dass sie irgendeiner Katze irgendwas tut. Kein Interesse. Hm, Perle? Bele, bele, bele. Ja, so feide, Maisi. Also nochmal, hier sitzt die Katze und fühlt sich umsonst. Perle ist nicht hinzukriegen. Also ich denke, das passt nicht. Also weil wir heute Glück haben, sitzt hier noch eine Katze. Schauen wir mal, ob die da sitzen bleibt, wenn die Perle nahe kommt. Ich glaube, sie hat sie nicht einmal gesehen. Komm mal her, Perle. Aha, die Katze ist weg. Okay, wir haben doch kein Glück. Gato! Da ist nochmal die Perle. Da ist jetzt die Katze. Perle hat sie gesehen. Hat wirklich kein Interesse. Und Spazi? Ihr habt feine Katze. Doch, keine feine Katze. Das ist halt aber... Nein, dein Sohn.